Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich im Kreis Mettmann. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 70 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 990 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF, 2020